Noch sind es wenige in Deutschland, die am Coronavirus erkrankt sind. Woanders hat sich das Virus rasend schnell ausgebreitet. Was jetzt tun? Hände waschen und in die Armbeuge husten? Klar, wer Symptome hat, muss dringend zum Arzt. Okay, aber ansonsten daheim bleiben, Menschenmengen meiden? Wichtig ist, dass niemand fahrlässig handelt. Wir brauchen ein Gefühl für die Verantwortung für die Menschen ringsum in dieser Krisenzeit. Für die, die mit uns den Alltag teilen. Besonders aber für die, die unser Zusammenleben garantieren. Ärzte, Kindergärtnerinnen, Busfahrer, sie brauchen unseren besonderen Schutz. Für ihre Arbeit müssen wir besonders dankbar sein. Ob Beten hilft? Ich hoffe. Zwar hat uns sicher nicht der liebe Gott das Virus geschickt. Aber die Besinnung darauf, dass unser Leben in Gottes Hand ist, das tut uns immer wieder gut. Und das tut uns immer wieder gut.